Hallo, in diesem Video werden wir darüber sprechen, was zu tun ist, wenn sich Ihr Monitor nicht einschaltet wird oder wird nicht beim ersten Mal eingeschaltet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplatten-Analyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung. Und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn beim Einschalten des Computers ein Problem wie ein schwarzer Bildschirm auftritt, ist dieses Video für Sie hilfreich. Weiter im Video werden wir alle möglichen Ursachen des schwarzen Bildschirms beim Einschalten des PCs detailliert und analysieren. Und überlegen wir auch, wie man dieses Problem lösen kann. Wenn Sie den Computer einschalten, hören Sie die Drängen der Kühler, aber Sie sehen nicht die üblichen Beschriftungen auf dem Bildschirm, keine Bilder und das BIOS Logger. Der Computerbildschirm bleibt dasselbe wie vor dem Start des PCs. Was ist in diesem Fall zu tun und wo soll ich anfangen? Was ist das Problem? Schauen wir uns zunächst die Gründe an, warum der Monitor das Bild beim Einschalten des Computers nicht anzeigt. Einige von Ihnen sind so einfach, dass sie übersehen werden können, aber ich denke immer noch, dass sie erwähnenswert sind. Beginnen wir also mit dem Alltäglichen und gehen wir zum Komplexen über. Der erste Grund ist, dass der Monitor ausgeschaltet ist. Bei einigen Monitoren befinden sich der Netzschalter nicht auf der Vorderseite, sondern unten am Ende und oft vergessen Benutzer, die es in Zukunft einmal einschalten, seine Existenz. Diese Taste kann versehentlich berührt werden und dann schaltet sich der Monitor natürlich aus. Nun, ich denke, sie selbst kennen die Lösung für dieses Problem. Sie müssen nur diese Taste finden und drücken, um den Monitor einzuschalten. Wenn es eingeschaltet ist oder sich nach dem Klicken nichts geändert hat, gehen wir weiter. Der zweite Grund ist ein federhaftes oder falsch angeschlossenes Netzkabel. Auch hier nichts Kompliziertes. Sie müssen sicherstellen, dass das Netzkabel eingesteckt und überhaupt eingesteckt ist. Sie können ihn auch verletzen, z.B. beim Putzen oder umstellen und er ist einfach aus dem Nest gefahren. Dieses Kabel steckt oft sehr fest im Monitor und ist möglicherweise beim Anschließen unvollständig eingeklemmt. Der Dosenkist ist auch recht einfach. Ziehen Sie das Kabel vom Stecker ab und stecken Sie es ganz zurück. Es lohnt sich auch, das Kabel auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen oder es an einem anderen Gerät zu überprüfen. Wenn der Draht funktioniert, korrekt angeschlossen ist, sich aber nichts geändert hat, gehen wir weiter. Der dritte Grund ist das Kabel zwischen dem Monitor und dem Computer. Wie im zweiten Fall muss überprüft werden, ob das Kabel zwischen Monitor und Computer herausgefallen ist und auch die Funktionsfähigkeit und das Vorhandensein mechanischer Schäden überprüft werden. In solchen Fällen erscheint es uns, dass der Monitor nicht angeschaltet wurde. Tatsächlich ist der Monitor angeschaltet, empfängt jedoch keine Signale vom Computer und jetzt nur einen schwarzen Bildschirm. Überprüfen Sie das Kabel. Wenn es sich im HDMI handelt mit zwei USB-ähnlichen Anschlüssen, jedoch breiteren Anschlüssen am Ende, müssen Sie diese Anschlüsse auf die gleiche Weise sowohl an der Systemeinheit als auch am Monitor selbst wieder anschließen. Wenn Sie einen anderen DWI oder WGA Anschluss haben, müssen Sie versuchen, die Schrauben festzuziehen, damit das Kabel nicht aus dem Anschluss herausfällt. Beim Anschließen verzögern einige Benutzer sie möglicherweise überhaupt nicht, aber früher oder später wird das Kabel möglicherweise getrennt. Und dann sitzen Sie und überlegen, warum sich der Monitor nicht einschalten lässt. Wenn dies nicht hilft, erfahren Sie mit dem nächsten Grund fort. Der vierte Grund ist statisch. Manchmal kann es vorkommen, dass das Bild durch statische Aufladung auf dem Monitor verschwindet. Trennen Sie alle Kabel vom Monitor und prüfen Sie, ob Audio Kabel vorhanden sind. Lassen Sie den Monitor eine Weile von allem getrennt. Übrigens wirkt dieselbe Methode häufig auf die Systemeinheit, wenn sie plötzlich nicht mehr läuft. Schließen Sie es nach einiger Weile wieder an und überprüfen Sie es. Der fünfte Grund ist eine falsche eingeschaltete Bildschirmauflösung. Sehr oft ist die Auflösung in Windows während der Installation höher als vom Monitor unterstützt. Sie wird leer und der Computer funktioniert weiter. Wenn nicht automatisch die gewünschte Auflösung umgeschaltet wird, starten Sie das System im abgesicherten Modus und stellen Sie eine niedrige Bildschirmauflösung ein. Nach einem Neustart sollte es funktionieren. Um den PC im abgesicherten Modus zu starten, halten Sie beim Laden des Betriebssystems die Umschalttaste gedrückt. Moderne Windows-Versionen kehren innerhalb von fünften Zeitungen automatisch zur ursprünglichen Bildschirmauflösung zurück, wenn Sie nicht auf die Schaltfläche Änderungen speichern klicken. Darüber hinaus erkennt Windows normalerweise die höchste Auflösung, die Ihr Monitor unterstützen kann und zeigt nur diese Einstellungen an. Sechster Grund ist für Monitoreinstellungen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Eingangsquelle auf Ihrem Monitor auf den richtigen Eingang eingestellt ist. Die meisten Monitore erkennen normalerweise automatisch die Eingangsquelle, aber manchmal ist diese Funktion deaktiviert. Öffnen Sie das Einstellungsmenü auf Ihrem Monitor und gehen Sie zum Abschnitt Eingangssignal. Wählen Sie hier den Eingang aus, den Sie hier auf Ihrem Computer verwenden, zum Beispiel WGA, HDMI und andere. Oder versuchen Sie den Monitor auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Verwenden Sie das Internet, um zu erfahren, wie Sie das auf Ihrem Monitor tun können. Normalerweise müssen Sie dazu eine der Tasten gedrückt halten. Wenn Ihr Monitor 144Hz unterstützt, unterstützt er es wahrscheinlich nicht HDMI. Denn auch die neuesten Versionen von HDMI 2.1 vom vierten Jahr 2017 kann maximal 120Hz übertragen. Verwenden Sie das Display-Portkabel, um eine Verbindung in einer beliebten Konfiguration herzustellen. Der siebte Grund ist ein falsches BIOS-Setup. Wenn Sie kürzlich die BIOS-Einstellungen geerntet haben und danach das Image verloren haben, liegt der Grund vielleicht genau darin. Versuchen Sie sich zu merken, was Sie geerntet haben und stellen Sie die vorherigen Einstellungen wieder her. Oder setzen Sie das BIOS auf die Werkeinstellungen zurück. Wir haben ein separates Video auf dem Kanal, wie das geht. So wird das BIOS auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt. Löschen eine Scanners auf dem Computer oder Laptop. Trennen Sie den Computer vom Stromnetz und halten Sie den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie dann den Monitor ein und überprüfen Sie die Leistung. Bevor Sie mit den folgenden Punkten fortfahren, überprüfen Sie Ihren Monitor auf einem anderen Gerät. Schließen Sie es an einen anderen PC oder Laptop an. Wenn es funktioniert, liegt der Grund im Computer selbst. Der achte Grund ist, dass die Grafikkarte falsch installiert oder fehlerhaft ist. Lassen Sie uns zunächst prüfen, ob die Grafikkarte aus dem Steckplatz gefallen ist. Schalten Sie den Computer aus, trennen Sie ihn vom Netzwerk und entfernen Sie die Seitenabdeckung. Überprüfen Sie zunächst die Grafikkarte visuell. Dieses Element kann übersprungen werden, wenn die integrierte Grafikkarte nicht als separate Einheit in den Computer eingesetzt wird, sondern sich direkt auf dem Motherboard befindet. Und so prüfen wir, ob es sich gleichmäßig in seinem Schritt befindet und wenn der Verdacht besteht, dass dieser nicht der Fall ist, setzen wir es vorsichtig und ohne übermäßigen Aufwand wieder ein. Wenn sie sich bewegt hat und gerade steht, müssen Sie die Schraube festziehen, mit der die Grafikkarte mit der Rückseite des Computers verbunden ist. Wenn sie nicht die vorhanden ist, schrauben Sie eine neue ein. Wenn die Grafikkarte unbrauchbar geworden ist, gibt Ihr PC höchstwahrscheinlich Pieptürne aus. Je nach Hersteller des Motherboards sind die Pieptürne unterschiedlich. Wenn der Monitor nicht funktioniert und der Computer übermäßig gut liegt die Angelegenheit höchstwahrscheinlich auf der Grafikkarte. Sie müssen es entweder ersetzen oder versuchen es herauszunehmen. und der Monitor an die integrierte Grafikkarte anzuschließen. Falls vorhanden, müssen auch den Raum überprüfen. Neuter Grundfällehafter Speicher Ein schwarzer Bildschirm und übermäßiges Quitschen eines Computers können zu einem fehlerhaften Raum führen. Wenn sich der Monitor nicht einschalten lässt und der Computer quitscht, überprüfen wir zuerst die Grafikkarte und wenn das Quitschen nicht aufhört, den Rahmen. Ihre Aufgabe ist es, die Raumstreifen vorsichtig herauszuziehen und den Computer nach jeder solcher Manipulation einzuschalten. Achtung! Denken Sie unbedingt daran, welche Karten in welchem Steckplatz installiert wurden. Dabei der Montage des Computers, deren Position von Mastern abhängig von den Rahmenparameter ausgewählt werden kann. Eine Änderung dieser Schaltung kann zu einer Verschlechterung der Computerleistung führen oder überhaupt nicht starten. Wenn der Computer nach dem Entfernen einer der Halterungen startet, versuchen Sie es mit dem Verbleibenden und ordnen Sie zunächst zuerst den Speicher neu an. Wenn der Computer erneut gestartet wird, ist der entfernte Speicher schuld. Wenn nicht, dann gibt es Probleme mit der Anschlussstelle. Wenn sich nach diesen Manipulationen nichts geändert hat, müssen Sie sich an das Service Center wenden. Wenn Sie sich mit Technologie auskennen, gibt es einen letzten Punkt für Sie. Der zweite Grund ist eine federhafte Monitorstromversorgung. Seine Beseitigung ist die zeitaufwendigste aller vorhandigen Manipulationen und nicht jeder kann damit umgehen. Dazu müssen Sie den Monitor zerlegen und die Stromversorgung finden. Bei Bedarf können Sie es herausziehen, wenn sich auf der Platine eine Sicherung befindet. Müssen Sie diese überprüfen. Wenn es funktioniert, schauen Sie sich die Kondensatoren an. Hier müssen Sie alle Geschwollene identifizieren und durch neue ersetzen. Dann müssen Sie nur noch den Monitor zusammenbauen, anschließen und einschalten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, solche Geräte zu reparieren, wenden Sie sich an den Service. Wenn Ihnen alles im Video nicht geholfen hat und sich der Monitor immer noch nicht einschalten lässt, müssen Sie ihn ersetzen. Abschließend möchte ich sagen, dass Sie im Falle eines Ausfalls nicht allen keine Aufregungen machen und sich keine Sorgen machen, sondern nur darüber nachdenken, warum dies passieren könnte. Sie müssen immer versuchen, das Problem selbst zu lösen, alle einfachen Lösungen auszuprobieren und nur in externen Fällen das Service-Center zu kontaktieren oder einen Ersatz zu kaufen. Wenn Sie andere Gründe und Lösungen kennen, freuen wir uns, in den Kommentaren und in diesem Video zu sehen. Und das ist alles, vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch und tschüss.